so liebe leute man hat mich also auch zu dieser ice package challenge nominiert damit möchte ich mich erst mal recht herzlich bedanken beim karsten vogt michael wuppel und peter fleischhauer ihr könnt mich dann auch mal löschen das hat sich dann auch erledigt bzw zweimal inselverbot und einmal daten weg nein ich freue mich natürlich mit dabei zu sein macht natürlich gerne mit bin sonst nicht so große spenden können aber das ist denke ich mal doch eine riesige idee und da bin ich natürlich dabei bevor es losgeht werde ich auch gleich drei leute nominieren zum einen den jetzigen kameramann mein sohn max wenn es jetzt zuckt ist er das dann den oliver schöntag tauchbasis aus Teneriffa hätte ich fast die falsche insel gewann und denn thomas püschel aus leipzig so gespendet dann habe ich vergessen zu sagen also normalerweise geht es ja um das als da ist jetzt meiner meinung aber schon eine ganze menge geld hin geflossen das heißt ich werde mir eine andere organisation aussuchen und zwar die udo hilfswerk und da werde ich eine spende hingeben weil ich bin der meinung jetzt in die anderen auch mal besser dran weil die idee ist natürlich so faszinierend dass wir das auf alle ausweiten kann so jetzt fällt mir kein text meint eigentlich würde ich gern weiterreden weil ich will mir das blöde zeuglich über den hals kippen aber ich glaube ich muss jetzt hier steht noch ein roter eimer ja hier steht noch ein roter eimer ich habe noch zwei minuten ja auch ich wurde nominiert vielen dank an meine geocache freunde michael und karsten so richtig lust habe ich keine aber ich glaube ich muss ich spende an die deutsche krebshilfe und ich nominiere sonja müller aus der schweiz dann nominiere ich christian sandmann jürgen rüstau aus taucher ich mache ich dann drei zwei eins